Und künftig für ihre Zukunft. Wenn man die letzten Monate gelesen hat, was die Politik vorhat, die sagen bewusst nicht durchsetzt, sondern vorhat, könnte man im Glauben an die Politik verlieren. Gestern aber war es eine Sternstunde für die Politik. Wir hatten den Vorsitzenden des Rechtsbaustundes im Grunde des Staates, Herrn Kauder, als Gast, der die Messe auch veröffentlicht hat. Mit einer zündenden Rede, die ich in 30 Jahren immer nie erlebt habe, hat er das Publikum mitgebracht und überzeugt. Fünfmal Applaus während seiner Rede und ständig Ovation am Ende. Das hat es noch nicht gegeben. Was er gesagt hat, können Sie gleich im Original hier auf der Bildbank lesen und erleben. Lassen Sie mich aber noch ein paar Worte zu unserer Situation heute und hier sagen. Ich weiß, unsere Kunden, die Geschäfts, die in unserem Rande machen, sind kluge Menschen. Das habe ich heute erlebt, mit welchem anderen Sie auf unserem Stand vertreten waren. Der fand man nicht durch zu meinem Büro, weil eben der anderen zu groß war. Ich freue mich, dass Sie so denken, wie ich es mir wünsche und wie es auch scheinbar passiert. Als ich im April den ersten Kurs des Staatsvertrags war, habe ich zu unseren Juristen gesagt, ohne Aufregung, das kommt nicht so. Diesen Krieg, den haben wir untergebracht, den werden wir gewinnen. Wir haben allerdings mit der Einschränkung ein paar Schlammen, werden wir hier und da abbekommen. Da sind wir gerade mitten dabei. Ihnen allen, gebe ich genug Selbstbewusstsein und Verständnis dafür, dass wir in der Tat im Moment in einem bodenlosen und einen schwerenlosen Zustand sind. Wer optimistisch ist, kann es nicht verstehen. Die Optimisten werden sie. Und wir haben gestern, wie gesagt, gehört werden, das deutsche Recht, wir in uns recht geben. Vielleicht auch das europäische. Aber ich freue mich, dass offensichtlich die Branche, die Damen und Herren, die heute Abend auch hier sind, verstanden haben, wie man in so einer Situation vorgeht. Nehmen Sie die Eckdaten des Staatsvertrags und angenommen, dass es das eintritt, was ich wirklich möchte, dann werde am 1.7.2017 in 5,5 Jahren die Branche weniger als die Hälfte werden. Aber bis dahin wird der kluge Kaufmann Geschäfte machen, so gut wie es geht. Das können Sie nur mit den Produkten unseres Hauses optimal. Das haben Sie verstanden, das haben Sie auch nicht mehr. Und genau so sehe ich das. Nicht kleinkriegen lassen, nicht pessimistisch sein. Natürlich tut das wir in Frankfurt, jetzt die Polizeistunde schon um 3 Uhr anfängt. Aber bedenken Sie an das der einzige vor ein paar Jahren, als die Sperrstunde schon um 11 Uhr, 12 Uhr oder 1 Uhr zu Ende war für uns. Da haben wir aufgelegt. Wir werden dies überstehen. Und auch der dümmste Politikiger wird verstehen, dass wenn er uns abschafft, und wenn es so stundenweise ist, dass er dadurch das, was er vorgibt, die Spielsucht zu bekämpfen, im Gegenteil umkehrt. Gestern Abend, zu einem Zeitpunkt, als wir auch mit dem Thema sprachen, geht jemand ins Internet. Und guckte, wie viele Menschen sind gerade bei, beim Pokon mitzumachen. 47.000 wurden gezählt. Da haben Sie sich schon mal vorgestellt, bei unseren 160.000 Automaten in den Spielhallen in Deutschland, wie viele Jahre im Moment spielen, Auslastung ungefähr 35, 40 Prozent. Das sind das 50.000 bis 60.000 Menschen. Da müssen wir Milliarden investieren, in 8.000 Spielstätten, um 60.000 Menschen zum Spiel zu animieren. Im Internet braucht man nur aufzumachen und 47.000 kommen und spielen. Das kapieren die Politiker nicht. Noch nicht. Und das müssen wir Ihnen beibringen. Und wenn das passiert ist, werden Sie sehen, das, was ich schon vor einem Jahr gesagt habe oder heute sage, dass es unsere Wandel nicht gäbe, den regulierten Spiel seit 50 Jahren, wo man nicht mit einem besten Hochverlust in guter Zeit erleiden kann. Wenn es uns nicht gäbe, müsste man uns erfinden, man könnte die Spielfreude vernünftig analysieren, ohne dass jemand überfordert wird. In diesem Sinne, einen schönen Abend für Sie alle, schöne Tage und bleiben Sie positiv bestimmt. Wir schaffen diese Dinge. Vielen Dank.